71 Etwas wollen Was wollt ihr? Was wollt ihr? Wollt ihr Fußball spielen? Wollt ihr Freunde besuchen? Wollen Ich will nicht spät kommen Ich will nicht spät kommen Ich will nicht hingehen Ich will nach Hause gehen Ich will nach Hause gehen Willst du hier bleiben? Willst du hier essen? Willst du hier essen? Wollen Sie morgen abfahren? Wollen Sie morgen abfahren? Wollen Sie die Rechnung erst morgen bezahlen? Wollen Sie in die Disco Wollen Sie in die Disco 72 72 72 Etwas müssen Etwas müssen Etwas müssen Ich muss das Hotel bezahlen Ich muss das Hotel bezahlen Ich muss das Hotel bezahlen Du musst früh aufstehen Du musst früh aufstehen Du musst früh aufstehen Du musst viel arbeiten Du musst viel arbeiten Er muss tanken Er muss tanken Er muss das Auto reparieren Er muss das Auto reparieren Sie 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 muss das Auto reparieren Wir müssen gleich zur Schule gehen. Wir müssen gleich zur Arbeit gehen. Wir müssen gleich zum Arzt gehen. Wir müssen gleich zum Arzt gehen. Ihr müsst auf den Bus warten. Ihr müsst auf den Bus warten. Wir müssen auf den Zug warten. Wir müssen auf das Taxi warten. Ihr müsst auf das Taxi warten. 73 73 73 Etwas dürfen Etwas dürfen Tobie можно вже водите автомобиль. Darfst du schon autofahren? Tobie можно вже пить алкоголь. Darfst du schon alcohol trinken? Tobie можно вже їздити самому за кордон. Darfst du schon allein ins Ausland fahren? Darfst du schon allein ins Ausland fahren? Mochte Dürfen Dürfen My možemo тут kurite? Dürfen wir hier rauchen? Dürfen wir hier rauchen? Možna тут kurite? Darf man hier rauchen? Darf man hier rauchen? Možna rozrachuvati se kreditnouju kartkoju. Darf man mit kreditkarte bezahlen? Darf man mit kreditkarte bezahlen? Možna rozrachuvati se checkom. Darf man mit check bezahlen? Darf man mit check bezahlen? Možna zaplatiti gocívkoju. Darf man nur bar bezahlen? Darf man nur bar bezahlen? Možna je za telefonuju. Darf ich eben mal telefonieren? Darf ich mal eben telefonieren? Možna je za betajo? Darf ich mal eben etwas fragen? Darf ich mal eben etwas fragen? Možno je ště zkazate? Darf ich mal eben etwas sagen? Darf ich mal eben etwas sagen? Jomo ne možna spate v parku. Er darf nicht im Park schlafen. Er darf nicht im Park schlafen. Jomo ne možna spate v automobili. Er darf nicht im Auto schlafen. Jomo ne možna spate na voxali. Er darf nicht im Bahnhof schlafen. Možna nam presiste. Dürfen wir Platz nehmen? Dürfen wir Platz nehmen? Dürfen wir Platz nehmen? Možna nam Menü? Dürfen wir die Speisekarte haben? Dürfen wir die Speisekarte haben? Če možemo me za platito o kremo? Dürfen wir getrennt zahlen? Dürfen wir getrennt zahlen? 74. 74. 74. 74. Ščo es prosete? Um etwas bitten. Um etwas bitten. Možete man ne postrichte? Können Sie mir die Haare schneiden? Nicht zu kurz, bitte Etwas kürzer, bitte Können Sie die Bilder entwickeln? Fotografie na Disco Die Fotos sind auf der CD Fotografie u Fotoapparati Die Fotos sind in der Kamera Die Fotos sind in der Kamera Können Sie die Uhr reparieren? Sklo rozbite Das Glas ist kaputt Die Batterie ist leer Die Batterie ist leer Können Sie das Hemd bügeln? Können Sie die Hose reinigen? Können Sie die Hose reinigen? Können Sie die Schuhe reparieren? Können Sie die Schuhe reparieren? Haben Sie Streichhölzer oder ein Feuerzeug? Können Sie die Popilance Können Sie einen Aschenbecher? Können Sie einen Aschenbecher? Können Sie einen Aschenbecher? Rauchen Sie Zigarren? Rauchen Sie Zigaretten? Rauchen Sie Pfeife? 75 Etwas begründen 1 Warum kommen Sie nicht? Warum kommen Sie nicht? Das Wetter ist so schlecht. Ich komme nicht, weil das Wetter so schlecht ist. Ich komme nicht, weil das Wetter so schlecht ist. Warum kommt er nicht? Er ist nicht eingeladen. Er kommt nicht, weil er nicht eingeladen ist. Warum kommst du nicht? Warum kommst du nicht? Ich habe keine Zeit. Ich komme nicht, weil ich keine Zeit habe. Ich komme nicht, weil ich keine Zeit habe. Warum bleibst du nicht? Ich muss noch arbeiten. Ich muss noch arbeiten. Ich muss noch arbeiten. Ich bleibe nicht, weil ich noch arbeiten muss. Warum gehen Sie schon? Ich bin müde. Ich gehe, weil ich müde bin. Ich gehe, weil ich müde bin. Warum fahren Sie schon? Warum fahren Sie schon? Es ist schon spät. Es ist schon spät. Ich fahre, weil es schon spät ist. Ich fahre, weil es schon spät ist. zusammenbildsend sein, links Wir sehen uns .